Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Özil und Kolasinac sind offenbar in einen Londoner Bandenkrieg geraten. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mesut Özil ist in London von bewaffneten Räubern überfallen worden. Ein Video des Überfalls zeigt, wie Özils Teamkollege Sead Kolasinac aus dem Auto springt und die Räuber vertreibt. Die Bilder des tänzelnden Sead Kolasinac, der bei dem Raubüberfall auf ihn und Mesut Özil die mit Macheten bewaffneten Gegner in die Flucht schlug, gingen um die Welt. Doch damit war es für die beiden Arsenal-Spieler nicht vorbei. Wie englische Medien berichten, stehen Özil und Kolasinac 24 Stunden am Tag unter Personenschutz, wurden deswegen auch nicht für Arsenals erstes Saisonspiel in Newcastle, das an diesem Sonntag stattfand, berufen. Sie sind offenbar unverschuldet mitten in einen Londoner Bandenkrieg geraten, in dem es erst jetzt die ersten Festnahmen gab. Am Donnerstagabend wurden zwei 27-jährige Männer verhaftet. Sie hatten sich mit den Sicherheitsleuten vor Özils Haus im Londoner Norden eine Auseinandersetzung geliefert, gab die örtliche Polizei bekannt. Vor Kolasinacs Haus soll es zu einem Zwischenfall gekommen sein. Ein großer Sun-Bericht deckt nun die vermeintlichen Hintergründe auf. Nachdem eine Bande bei dem spektakulären Überfall vor einer Woche versucht hatte, Özil und dem Bosnier Kolasinac wertvolle Uhren zu rauben, hat offenbar eine rivalisierende osteuropäische Gang in der britischen Hauptstadt interveniert. Kolasinac hat im Norden sehr viele Freunde. Sie würden Überfälle auf die beiden Fußballer nicht dulden. Das war die Botschaft. Kolasinac hat in Nord-London sehr viele Freunde. Die Spieler sind sehr beliebt, sagte eine Quelle der Sun. Doch das stachelte die Täter wohl erst recht an, die sich nicht einschüchtern lassen wollten. Und deswegen weitere Drohungen gegen Özil und Kolasinac aussprachen. Sie würden den Spielern alles rauben, was sie haben. Die Frau von Kolasinac, der beim FC Schalke 04 sein Profidebüt gab, ist laut dem Bericht aus Angst zurück nach Deutschland geflohen. Das Wohlergehen unserer Spieler und ihrer Familien hat immer höchste Priorität. In Zusammenarbeit mit der Polizei unterstützen wir die Spieler und ihre Familien. Wir freuen uns, sie so bald wie möglich wieder in unserem Kader willkommen zu heißen, gab der FC Arsenal mit einer Kolumne bekannt. Trainer Unai Emery stellte fest, dass Özils Saisonvorbereitungen durch die Ereignisse beeinflusst wurden. Wir wollten diese Umstände natürlich so nicht. Aber Mesut ist derselbe wie vorher. Mal kann er spielen, mal nicht. Schon im Vorjahr erlebte Özil einen unruhigen Sommer, trat nach dem WM-Debakel und den Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyed Erdogan aus der deutschen Nationalmannschaft zurück. Nach Asenels Auftaktspiel am Sonntag und einer Partie gegen Burnley tritt der Klub in zwei Wochen im Topspiel der Premier League bei Jürgen Klopp und dem FC Liverpool an. Fahle ist zu hoffen, dass die beiden Spieler sich dann wieder voll auf Fußball konzentrieren können. Falls nicht, plant Özil womöglich eine Flucht in die USA. Sein Berater trifft sich kommende Woche in Washington mit den Vertretern des Klubs DC United. Dort könnte Özil im Winter den englischen Superstar Wayne Rooney ersetzen, der hier zurück in seine Heimat wechselt. So, das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Was haltet ihr von den Vorfällen? Es ist auf jeden Fall relativ krass, dass da jetzt zwei Arsenal-Spieler in so einen Bannkrieg integriert wurden. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten gebt dem Video ein Like und bis zur nächsten Folge und ciao!